Hallo und herzlich willkommen zurück zu COD-WW2. Wieder Team-Deathmatches auf der USS Texas. Dann nimmst du dich mein Sniperino-Gewehr. Dann hoffe ich komme an meine bestimmte Stelle, mit der ich snipen kann. Der braucht schon ein bisschen länger zum Anziehen hier. Wenn er immer drin ist, geht es wieder schnell hin. Interessant. Jetzt gehe ich hier hoch und gucke mal rüber zum B. Wie zum Teufel kann der eher da sein? Fuck, nicht getroffen. Werfe Granate! Der Feiter leidet schwere Verluste. Durchbrechern! Ich habe vergessen, wie Atem anhalten geht. Sie stoßen auf dem Steuerbord-Deck vor. Wir haben Rückenwind. Fuck. Ich mache da weiter. Ich lasse mich jetzt nicht nehmen, da hinten mein Sniper-Duell zu machen. Sie sind bis zum Bug vorgedrungen! Ich lasse uns, oder? Hinter uns ist ein Typ. Mit Sniper als Up. Und jetzt steht er da unten und tut noch Sniper. Wir brauchen Verstärkung! Wenn zwei aufpassen, kannst du allein nichts machen, glaube ich, mit Sniper. Ich glaube, da kannst du lange probieren. Wir brauchen Feuer! Wir halten das nicht durch! Ey, die gehen mir alle auf den Sackteilen schon wieder. Ich habe echt vergessen, wie man Atem anhalten kann. Aktivitätsaussuch! WTF? Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft! Wie kann er nämlich da in dem Moment treffen? Das gibt es ja. Er drückt mir sogar Headshot! Achso! Und das der Headshot war ein... Auf der Mist! Jetzt ist er auch nicht der beste Schütze, das ist schon klar, aber... Bis dahinten, das gönne ich mir jetzt bis zum... Ende. Komm, töte ihn jetzt doch! Ich habe doch gemerkt, dass ich mit ihm umgefallen bin. Komm wieder, du Arsch! Fuck, da hat er mich angeschossen. Ich habe vergessen, wie Atem anhalten geht, deswegen... Wenn der da ist, da kommt der keiner. Feind ausgeschaltet! Aufklärung in der Luft! In uns. Wir haben die Feuerhoheit! Wir haben die Feuerhoheit! Wir schlagen sie die Flucht! Macht sie fertig! Und wir haben die Feuerhoheit! Wir haben die Feuerhoheit! Ich glaube, da kommt keiner mehr. Ich glaube, der nicht nur zu voll von Sniper Battle. Sie sind bis zum Bug vorgebungelt! Ich glaube, dass die Klee hinter uns kommen oder so. Boah. Ich glaube, die haben keinen Bock mehr. Die kommen hinter uns. Fritz-X-Bomben-Mission ist gestartet. Aufklärung in der Luft. Ja, Samer-Aufklärung. Was sind die immer noch da hinten? Ich versuch's anders. Ich geh jetzt... Sie sind an der Brücke! Lade nach! Feuerwort deck! Jagdflieger nährt sich dem Ziel! Ich hab den Zug vorgemogen! Wir sind in der Auge! Was sind die eigentlich hinter uns gekommen? Komm her! Vorräte abgeworfen! Schützt die Abwurfzone! Ah, ist jetzt schnell getroffen! Zielposition bestätigt! Da kam er hoch. Da kam es zu zweit hoch. Schade. 10-11. Wir haben gewonnen! 10-10 Sniper-Kids! Bar! Ich weiß nicht, gerade ein Schmeid-Tot. Ja, da drin müsste ich liegen. Das müsste nicht gewesen sein. Gerade eben. Theoretisch, soweit ich es beurteilen kann. Die Frage ist jetzt, wo geht es jetzt hin? Ich glaube, es wäre eine Sniper-Kacke-Wörter oder was anderes. Okay, jetzt sehen wir. Ich habe nur gesniped. Genauso wie der, glaube ich. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Sniper. Ach, die sind raus, oder was? Ich sehe unten, ich sehe die nicht mehr. Ich glaube, die sind rausgegangen, als wir die ganze Zeit weggesniped haben. Ja, die hatten keinen Bock mehr. Das ist jemand eher gesagt. Hätte ich mal gucken müssen, dass die weg sind. Der Joff gehört zu snipen. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn die eh raus sind, weiter zu snipen. Es ist schon so ein schweres, schwierigeres Duell gegen Sniper zu snipen, die es öfters machen. Ist er sofort aufgefallen, finde ich persönlich. Ich würde es wahrscheinlich erst mal nachher die fünf Sniper-Schüsse durchbringen. Wo auch immer es jetzt hingeht, ist natürlich die Frage. Und natürlich auch noch die fünf Level. Die will ich auch noch haben. Point Rock, ja, das spielen wir wieder Dings. Das spielen wir doch keinen Sniper. Da geht es hier mit der Thompson rein. Kann ich hier gucken, ja. Der hat hier die. Okay, ach nee, Point Rock, ach, das war die E-Map, ach du, kack, ja. Ich hoffe, es ist mit der anderen, ich habe es mit Gibraltar verwechselt, oh nee. Obwohl ich könnte theoretisch die Sniper nehmen und einfach mich mal dahin hocken, wo der letzte, äh, der andere da war. Na komm, probiere ich mal aus. Rück vor und kontrolliert sie! Ach nee, es ist ja ein anderer Modus. Da brauche ich nicht auf B treffen. Da brauche ich ja nicht auf B dürfen. Achso, warte mal. Wir kontrollieren das Schlachtfeld! Ja, was seid denn hier? Wir haben Verluste hier drüben erlitten. Den habe ich dadurch. Boah. Wie er an dem vorbeigerannt ist. Der war geil. So ist es, ne? Nein! 4-1. Echt? Komm. WTF. So, ja, hoch. Tja. Ist ja ein Schalli drauf, mein Freund. Aber jetzt, wo du schießt. Wie lang, wo lang? Ist es okay noch? Doch, da ist er noch! Da oben noch der. Ja. Gut, das... Ja, da war noch... Schön, dass du uns verraten hast, du Bubo. Wo? Ja, da steig. Zaieram. Da mir. Dieser Sprengsatz ist bereit Feindliche Bombe im Anflug In Deckung Als ob der mich unbedingt haben wollte Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft Feindlicher Jagdpilot Zurückziehen Was ist das denn? Nein, darfst du mich ablenken lassen Nein Feindliche Vorräte unterbindet ihren Nachschub Die sind auch immer zu zweit oder wie? Wo ist er? Komm, du bist hier Geht er ja Feindlicher Jagdpilot Zurückziehen Benzinbombe bereit Feindliche Bombe im Anflug In Deckung Hey, hey, hey Egal wo ich bin Irgendwann kommt Männer von denen entgegen Fuck, wir verlieren Als ob wir verlieren Ich finde ja, ich verliere So gut wie Nie Ohne Einen Kill zu machen Fuck Benommen ist das nicht so praktisch So, hier lang, hier lang, hier lang Hier hoch Feindliche Artilleriebeschuss In Deckung Deckung, Deckung, Deckung Biersner Cool Fang Mach da mal ordentlich, Jungs Danke Habt ihr den? Perfekt Ah, das Ort Bau und Gesicht ist nicht die beste Kombi Zum Überleben Kommt der noch näher Nur Seiten hier Jungs, komm von hinten Die kommen alle von da oben Perfekt Okay, ich schaff das immer nicht mit den 35 In dem Match Alter Jungs Müsstet ihr auch nicht übertreiben Ich weiß das So überall die Leute sind So liegen gerne da oben sind Wie ich schau Ich muss erstmal weitere 5-5-3-Scher machen Ah, die gewinnen das Die gewinnen das Ich glaube, bevor ich keinen mehr finde Von hinten Ah, ich bin jetzt nicht umgetreten Das kam Nee, ich bräuchte noch 10 Schaffe ich noch Ich habe alles gegeben Jungs Es gab doch noch einen Sliper Boah, die laufen hier aber auch schön alle ins Visier Ja, echt alle Der hat mehr Lack als können gehabt Dass die sind schön alle Davor gelaufen sind Direkt rein Der muss nicht mal irgendwas bewegen Ja, Glück gehabt Und ich habe es versucht 28-15 Der war auch hier Sag mal, das waren so die Ausgleichenden Trotzdem sind wir nicht oben Weil wir verloren haben Ich glaube, sonst wären wir jetzt Da oben stehen Aber da haben wir halt nicht Tja Da würde ich auch sagen Hiermit endet die Folge von COD WW2 Wenn es euch gefallen hat Lasst Like da Wir sehen uns Bis zum nächsten Mal Und Tschüss